Ja, hallo liebe Leute, wir sind zurück bei Dark Souls Impart, ich glaube 37 oder 38, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube 38, so die Maus muss mal kurz weg hier. Und wir sind auf dem Weg in die Schandstadt, glaube ich zumindest, und da unten stand, pass auf unten, und davor habe ich jetzt ein bisschen Angst. Da unten scheint irgendwas zu sein, hier sind total viele Nachrichten, und hier muss echt irgendwie was sein. Das ist mir nicht ganz geheuer, da hinten steht was, Schützenposition. Okay, wir haben natürlich auch eine Armbrust und schwerer Bolzen, ich glaube die sind für die Dinger, ne, für die Armbrust, ja genau, da kann ich schon mal nicht die Brandpfeile nehmen. Okay, ähm, scheiße, ich muss natürlich, kann ich mit dem nicht zielen oder was? Das ist nicht euer Ernst, ne? Okay, dann muss ich scheinbar den Bogen nehmen, weil ich gerade nicht weiß, wie ich den, wie ich da ausrüsten kann. Langbogen, wir nehmen den Kurzbogen einfach wieder, Langbogen ging glaube ich auch nicht. Okay. Okay, jetzt geht's scheinbar, keine Ahnung, was ist gerade war, und ich habe auch keine Ahnung, was das da ist. Das ist ein stärkerer Gegner, wie es scheint. Ähnlich wie der, ich versammle gerade die Munition hier, beziehungsweise meine Hänschen Pfeile, ähm, sowas wie ein stärkerer Gegner, wie der, wie der, ähm, Koch da oben. Das auf Facebook. Ich glaube, ihr hört das, ne? Ich weiß es gar nicht, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, kam jetzt nicht so oft vor. Ich habe jetzt natürlich auch noch nicht geändert, also die letzten acht Parts sind jetzt alle auf meiner Festplatte. So, wir müssen, das muss doch irgendwie gehen, ähm, dass wir mit dem hier in die, oh, in die Ansicht wechseln können. Äh, ja, bitte, kann ich, muss ich das vielleicht so machen? Nee, auch nicht. Ähm, ja, ja, Schützenposition stand da, ach, komm, weg. Ja, hm, okay. Vielleicht müssen wir den auch jetzt so töten, wenn ich jetzt nicht in die Ansicht wechseln kann. Gehen wir mal hier noch ein Stück runter. Da kommt er hin, ja, er kommt da hin. Kann da hier hochklettern? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist zu fett. Ja, er ist zu fett. Okay, kann da runterfahren. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Also, vielleicht sollen wir jetzt einfach mal hier runtergehen und den dann so machen. Ähm, okay. Er geht jetzt weg. Ja, hier ist halt ziemlich schwierig mit Ausweichen. Das ist halt das Problem, was ich momentan habe. Kann ich hier irgendwie treffen oder so? Bitte? Ich weiß gar nicht, wo ich hinschieße. Naja, komm, wir versuchen es mal, oder? Okay, klappt nicht. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay, komm mal her. Okay, ausgewichen. Bum, 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 vergiftung. Okay. Nein. Renn weg, renn weg. Schnell was trinken. Okay. Oh, da sind ja noch so Typen. Alter. Ist das ein normaler Gegner, oder was? Nicht euer Ernst, ne? Das ist nicht euer Ernst. Schandstadt. Okay, der ist dauernd los. Was? Nein, da ist noch eine. Hilfe! Ach, verdammt. Wie viel hat er jetzt hier geben? Ja, jetzt sind halt beide wieder da, ne? Ich hoffe, das sind die einzigen. Das wäre echt fatal, wenn das nicht die einzigen wären. Ja, da sind wir wieder hier. Im guten, alten, ja, keine Ahnung, Kaninisation. Keine Ahnung, was das ist. Jo, jo, jo. Den altbekannten Weg nach unten. Ja, ich hoffe, das echt ist, die kommen jetzt nicht so oft vor. Ähm, und demnächst ist da hoffentlich auch ein Leuchtfeuer. Also wir sind jetzt so weit gelaufen von hier. Da könnte eigentlich demnächst mal auch wieder ein Leuchtfeuer kommen. Ich nehm's mal an. Die sind ja manchmal ein bisschen versteckt. Und ich seh die nicht mal gleich. Ihr wisst ja natürlich, wo die ganzen Leuchtfeuer versteckt sind. Aber ich weiß es ja nicht. Was ist eigentlich dahinter? Warum leuchtet das so komisch? Okay, kann ich schon mal nicht dahinter. Na gut, gehen wir wieder runter. Und ich hab natürlich auch keine Pfeile mehr. Hm. Fett mir jetzt gerade so auf. Also ist kacke. Und ich hab keine Ahnung, wie ich den Typen jetzt anders töten soll, als mit dem Schwert. Man sieht gut ausweichen, ne? Ich mein, so viel Schaden macht er jetzt ja nicht. Aber es ist halt doch schon eine Menge. Also es ist zumindest eine Hausnummer. Und wir müssten ja, ja, wir müssten ja theoretisch dahinter. Da ist das Problem. An ihm vorbei hier. Okay. Wenn man das die ganze Zeit jetzt so machen, klappt das. Nein, das war nicht so toll. Nein, das war nicht so toll. Ja, fick dich, ey. Entschuldigung. Tuppenleut. Ach, kacke, ey. Okay, ja, das ist ein echt beschissener Platz zum Kämpfen da, ne? Ich könnte ja, ja, ich könnte ihn halt anlocken, dann da hochgehen und ihn dann mit dem Sprung dann angreifen. Dann wäre schon einiges geschafft, denke ich mal. Macht ja schon einiges an Schaden. Das könnte ich eigentlich mal versuchen. Ah, komm runter. Mann. Mit welcher Taste war denn das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ja, irgendwie kann ich runterrutschen. Ich weiß bloß nicht mehr, mit welcher Taste. Mit Y, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Hm, ja, wir müssten uns dann quasi, ähm, ja, das hätten wir auch vorhin schön probieren können. Da stand er ja ganz gut. Achso, nee, wir müssen ja hier lang. Wir wollen ja nicht mehr zum Drachen. Der ist ja tot. Ne? Haben wir ja besiegt. Oh, cool. Ja. Müssten wir jetzt auf jeden Fall irgendwie anlocken. Also, wie eben, ein paar Mal draufschlagen und dann die Leitere hoch. Ähm, so, warte mal. Mal probieren. Mit euch in der Taste. Ja, mit B-Wars. Ähm, okay. Aber falsche Taste. Okay. Komm runter. Genau. Hier ist unsere Leiche, die nicht mehr so viel hat. Okay, komm her, mein Freund. Komm her, komm her, komm her. Wow, wow, wow. Okay, mal hoch, komm. Komm, 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 komm. So, und vielleicht klappt das ja jetzt. Jawoll. Okay. Springst du runter oder soll ich dich runter schubsen? Okay, ich soll ja nicht so eine große Fresse haben. Wow, 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 wow. Er ist tot. Plündern, Jauchoküchelein. Lecker. Da kriegt man direkt Lust auf Kuchen, wenn man das liest. Da ist jetzt noch einer, da kann ich jetzt hoffentlich ein bisschen besser ausweichen. Und ich hoffe, hier kommen jetzt... Da hinten ist noch einer. Ich kriege ja echt einen Rappel, ey. Ich kriege ja echt einen Rappel. Okay, vielleicht können wir den wieder von da oben irgendwie... Da müssen wir jetzt ja nachkommen. Guck mal her. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nichts falsch machen und auch... Okay, jetzt kommen wir ein bisschen zurück hier. Ein bisschen Platz schaffen. Okay, jetzt kommt er angerannt, oder? Nee, er brüllt erst mal. Jetzt kommt er angerannt. Nee. Okay, das war's. Oh, das ist ein echt krasse Gegner, ey. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht die ganze Zeit. Also das... Da bete ich ja. Okay, was ist da hinten? Ist auch so ein komisches Vieh. Na, komm mal her. Okay, es war doof. Und ausgewichen. War doch nicht so doof. Ach so, ich bin ja immer noch vergiftet. Ich wundere mich gerade, warum meine HP runtergeht die ganze Zeit. Okay, die Taktik scheint nicht so doof zu sein, hier. Die nutzen wir weiter. Ähm, hopp. Okay. Komm, 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 komm. Ach Gott, ey. Verdammte Scheiße. Mann, ey. Es ist ein bisschen zum Mäuse melken. Ohne Spaß, Leute. Es ist echt kacke. Vor allem, wann wir jetzt schon wieder fast am Ende sind und an sich nicht großartig weitergekommen sind. Es tut mir so ein bisschen leid für euch. Scheiße, Mann. Echt, diese Drecksviecher. Das wäre jetzt der letzte gewesen. Da hinten war halt noch so ein komischer, ich weiß nicht, was das genau ist, ob das ein Gegner war, das rote Vieh. Was ich da vom Weiten erkannt habe. Ja. Das ist halt ein echtes... Ach, scheiße, ey. Mann. Ja, aufpassen. Und ich hoffe, das bedeutet halt... Ich weiß nicht. Dass die halt nicht so oft vorkommen. Oder vielleicht meinen die damit auch was anderes. Bin ich mir jetzt halt nicht so sicher. Okay. Leichen. Ist jetzt halt auch nicht wirklich viel. Ja, vergiftet. Nein, nicht rund um. Okay. Mann, 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 ey. Trink mal was. Ist da jetzt unten? Ja. 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 Wow. Okay. Ich kann... Mann, Mann, Mann. Komm, 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 komm. Komm. Jawoll. Alter. Okay. Der erste ist down. Hauen wir noch einen zweiten jetzt. Der ist da. Trinkt man noch schnell was? Wir haben's, ja. Komm her. Gehen wir mal ein bisschen weit weg. Weil das wird mir dann doch ein bisschen zu knapp hier. Komm mal, den Jaurekuchen. Beziehungsweise das Küchlein. So, der dürfte jetzt nicht mehr allzu viel haben. Trinken wir noch was? Sonst bin mir das echt zu eng. So, komm her. Okay, das war's. Trink mal was. Und ab zum letzten. 500 Seelen. Also das... Die können nicht so oft vorkommen. Ich kann ja nicht... Für die fiege ich auch 500 Seelen bekommen. Also nicht damerhaft. Kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Pass auf, starkes Gift. Ja, ich merk's. Ich merk's. Ja, komm her, aufs Brillen. Komm her. Na komm. Kannst du's nochmal? Bitte. Danke. Komm her. Ah, aufs Brillen. Brillen, mein ich. Okay. Ja, so können wir theoretisch halt auch besiegen. Oh, er macht's nochmal. Oh, oh, oh. Nicht nochmal. Okay, komm, komm. Er hat nicht mehr viel. Und jetzt machen wir den... Ja, genau. Okay, und was dahinter kommt, das sehen wir im nächsten Part. Ich bin gespannt und hab ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil hier ist es mir nicht ganz geheuer. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.